Ah, schaut schon mal interessant aus. 3-3-Hitsicker. Ich bin eigentlich kein Hitsicker-Fan. Ich bin ein Alexander-Jugend-Fan, aber klingt wie ein Tennisspieler. Ich habe keine Ahnung, was ich da schon machen soll. Ja, ich kenne mich null aus. Ich schätze, ich kenne mal einfach Offensive. Ich werde wahrscheinlich nicht einmal den Ball berühren. Ist ja schon die Mitglied. Okay, wir haben schon jetzt null Vertrauen. Ich habe noch immer nicht den Ball berührt. Wie soll ich denn einschätzen? Ich bin ein schlechter Ricochet. Oh, sehr schön, sehr schön. Habe ich den Ball schon einmal berührt? Nein, habe ich nicht. Ja, überspringen. Ich glaube, ich bin kein Ricochet-Fan. Nur vom Wrestler. Der hofft jetzt schon interessant. What the hell? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Oh, ey. Ich bin nicht bereit für den Spielmodus. Ich glaube, ich werde nicht einmal den Ball berühren. Hey, genau wie ich sag. Hey, ich kann das. Ui. Oh, ich glaube, das soll ich noch einmal spielen. Einmal Ricochet reicht hier. Ich werde nicht in die erste Taktiken reinhopfen vom Gegner zerstören, wo das sicher viele machen werden. Boomsen. Ui. Ach, was geht hier ab? Ne, ne. Ich glaube, ein Spiel recht davon. Die werden vielleicht den Ball mal aufgeben. Interessant. Gitter. Oh, der ist einfach gewechselt. Oh, der war kein Halten. Diesen Ball kann man gerade nicht halten. Ziehe mir erst das Tor. Und wir haben noch drei Minuten vom Ricochet. Hitziger. Wie gebrannt. Natürlich. Hätte ich auch nicht anders gebrannt. Den hätte ich anders gebrannt. Ja, auf jeden Fall. Kaboom. Ah, nein, leider. Der wird schwer. Sehr schöne Arbeit. Und ich habe was für eine Parade davor schon geschrieben, wie Nazi. Und dann wird der nächste Licht pariert. Das war typisch. So, er war verschenkt. Okay. Wenn er an der Wand abkommt. Schnell landen, dass wir gleich in Deckung sind. Uff, sehr schön. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass da viel Taktik dabei ist. Oh. Nur schnelle Reaktionszeiten. Oh, ja. Sehr schön, Team. Sehr schön. Oh, ein Torzugger. So ein definitely cooles Auto. Hab ich gar nicht angeschaut. Uh. Ein Lamborghini. Okay. Oder so. Kaboom. Oh. Passt. Verschend ihm. Oh. Aber direkt getauscht. Ich bin voll offensiv grad. Ah, schau. Oh. Ein guter Schuss wieder. Oh. Package lost. Nein. Keine Pakete verloren. Und wie es aufschaut. Auch kein Spiel. Komma. Bem. 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 Ames und die Ames müssen hier unterscheiden. War nicht das Beste. Sehr schön. Sorry. Sehr schön. Woh attachment hat mir einen Arm ausgesucht. Der Bounce. Der Bounce sehr richtig. Man curved richtig. die sind gut die zwei ich habe ich habe wieder noch mal der wird schwierig gehabt wir haben die ganze schnelle die ganzen drachen Alexander Jukin größter Rivale noch nie gespielt gegen dich Junge aber ich spiele gerade sowieso nicht so oft was für ein Schuss ich habe nicht gut den Ball eingeschätzt der ist drinnen oder? bei 6 Sekunden müssen wir noch überleben das ist soweit ich im Bounce ist ich kann das nicht ich kann das nicht den habe ich auch total verschätzt ja da bleibt bei uns sogar und das war's ich glaube das spiele ich nicht nochmal mach mal kurz das Video halt draus danke und tschüss so so so